Pietro Lombardi ist abgetaucht. Doch für den Verlobten von Laura Maria Röpatik der Countdown, denn, in wenigen Tagen muss er sich zeigen. Es ist still geworden und Pietro Lombardi, der Sänger, der gerade um seine Zukunft bei DSDS bangen muss, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Grund, der Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen seine Verlobte Laura Maria Röpatik Wo sich der Kölner gerade aufhält, ist unklar. Laut Bild.de ist er bei einem Freund untergekommen. Er soll first nicht nach Hause dürfen. RTL prüft Zukunft von Pietro Lombardi bei DSDS, während Pietro abgetaucht ist, warten die RTL-Bosse ab, ob sich die Vorwürfe gegen den Sänger bewahrheiten oder nicht. Trotzdem, der Countdown für Pietro Lombardi tickt. Pietro Lombardi, jetzt tickt der Countdown für den DSDS-Juror. Fest steht, der Kumpel von DSDS-Boss Dieter Bohlen kann sich nicht ewig verstecken. Lombardis nächstes Konzert ist schon in wenigen Tagen, am 20. Oktober. Dann soll der Familienvater im Lokschuppen in Bielefeld auf der Bühne stehen. Der Lokschuppen Bielefeld ist ein ehemaliger Ring-Lokschuppen des Bahnbetriebswerks Bielefeld in der ostwestfälischen Stadt Bielefeld. Er wird als Event-, Konzert- und Club-Lokation genutzt.Auftritt von Pietro Lombardi in Bielefeld am 20. 10.2024.Ob der Ex von Sarah Engels nach den schlimmen Vorwürfen, die sein Anwalt zurückwies, wirklich auftreten wird, ist nicht bekannt. T-Online hat das Management von Pietro um Auskunft gebeten, eine Nachfrage blieb bisher unbeantwortet. Punkt und was sagt der Veranstalter in Bielefeld? Der zeigte sich laut T-Online.de hinsichtlich der aktuellen Lage angespannt, aber auch zuversichtlich. Bislang habe er noch keine Absage von Seiten Pietro Lombardis erhalten. Punkt viele Fans dürften gespannt sein, ob sich Pietro dann öffentlich zu den Vorwürfen äußert, sollte er den Auftritt in Bielefeld durchziehen. Punkt Pietro Lombardis Ex-Frau Sarah Engels hat ihre Reisepläne angepasst und nimmt jetzt auch ihren Sohn Alessio mit in den Urlaub nach Kanada. Was Pietro Lombardi damit zu tun hat.